Welcome up Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT hilft GGMBH. In der deutschen Sprache gibt es viele Unterschiede in Anrede und Begrüßung von Freunden, Bekannten, Kollegen, Fremden etc. Die Anrede unterscheidet zwischen dem förmlichen Sie für z.B. Fremde, Kollegen, Vorgesetzte und dem persönlich Erendu für Freunde und Bekannte. Besonders auf die Unterscheidung zwischen Du und Sie sollte man achten, da dies gesprochen oder schriftlich falsch benutzt schnell als respektlos missverstanden werden kann. Auch in der Begrüßung wird nach förmlich und informell unterschieden, sowie nach der jeweiligen Tageszeit. In Deutschland reicht man sich zur Begrüßung meistens die Hand. Ergänzt wird dies mit entsprechenden Worten. Tut man das nicht, wirkt es eventuell unfreundlich. Alle vier Aussagen und das Händeschütteln können verwendet werden, wenn man sich begegnet, aber auch, wenn man sich verabschiedet. Umarmungen, spezielle Handschläge oder Küsse zur Begrüßung sind nur unter Freunden und bei Verwandten üblich. Als Begrüßung wird auch in Deutschland oft einfach Hallo oder Hi gesagt. Eine entsprechende Verabschiedung dazu wäre Tschüss oder etwas formeller Auf Wiedersehen. Tschüss.